In der Nähe der Antarktis ist es zu einer Auseinandersetzung auf hoher See gekommen. Walfanggegner der Organisation Sea Shepherd versuchten, das japanische Walfängerschiff Yushinmaru II zu stoppen. Dabei kam es nach Aussage der Aktivisten zu einem Vorfall, bei dem drei Mitglieder ihrer Mannschaft verletzt wurden. Das von den Walfanggegnern veröffentlichte Video soll zeigen, wie die japanische Crew das Schlauchboot mit einem Wasserwerfer angreift. Das Walfängerschiff soll das Sea Shepherd-Boot auf aggressive Weise verfolgt haben und schließlich die Mannschaft unter anderem mit Bambusstöcken verletzt haben. Fotos sollen zeigen, wie die japanische Mannschaft mit Enterhaken das Sea Shepherd-Boot festhält. Der Vorfall soll sich 300 Seemeile nördlich der Morson-Halbinsel ereignet haben. Eine japanische Flotte ist Anfang Dezember ausgelaufen, um 900 Finnwale zu fangen, angeblich zu Forschungszwecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017